Meiner Meinung nach gehören in den taktischen Werkzeugkasten folgendes. Ein Counter Ambush, eine Technik, die dich vor einem schnellen, plötzlichen Angriff schützt. Eine Entry Technik, etwas mit dem du Distanz überbrücken kannst, wenn du auf den anderen einwirken möchtest. Eine Technik, die den anderen bewegt, wenn du Abstand aufbaust. Und zwei Techniken, die Schaden verursachen, einmal auf lange Distanz und einmal auf engere Distanz. Ich habe meine Lieblingstechniken dafür. Was sind deine? Nein, trainier die Dinge taktisch, dass du handlungsfähig bleibst in jeder Situation und nicht großartig darüber nachdenken musst, welche Technik brauche ich jetzt. In der Beschreibung ist ein Link zum YouTube Video, wo ich das Konzept ausführlicher erkläre. Ansonsten lass ein Like da, teile das Ganze. Jede Hilfe ist sehr willkommen und ich bin wahnsinnig dankbar für jeden, der hier unterstützt. Trainier viel und bleib sicher.